Aber es ist wenigstens lustig. So, der möchte hier was essen, und zwar eine Ananas. Dem geben wir die doch mal. Tja, ich hab mich verlaufen, wie ich gesagt habe. Jetzt bin ich so erledigt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Hast du zufällig etwas Essbares für mich? Natürlich. Mh, diese Ananas sieht ja lecker aus. Ich muss sie gleich essen. Na dann, los. Lecker. Ich gebe dir dafür einen schönen Hibiskus. Sehr gut. Dann können wir damit ins Zohdorf dann später gehen. Und den Hibiskus abgeben. Ich fühle mich wie neu geboren. Sehr schön. Vollgefuttert. So, gibt es hier noch eine Muschel? Nein, sieht nicht so aus. Aber hier hinten vielleicht noch. Nee. Also mit dem Muscheldetektor macht es auf jeden Fall einfacher alles. Den wir jetzt gerade noch nicht haben. Aber den kriegen wir bald. Wir haben ja bald unsere 15 Muscheln zusammen. Dauert nicht mehr lang. So, weg mal läuft. Dann gehen wir wieder runter und gucken mal, wie wir da hinkommen jetzt. So, Donau weg. Und Donau weg. Dankeschön. Auch eine neue Schutzeichel. Aber das Schild ist genauso wie von Ocarina of Time. Das Hyrule-Schild. So. Ah, jetzt weiß ich, wir sind ja falsch. Ach, nee. Jetzt mache ich den. Jetzt mache ich den Fehler. Aber wir müssen erst mal nach unten. Ich muss, ich muss auch erst mal nach unten, nee. Kacke. Jetzt mache ich auch noch den Fehler. Kacke. Ah, den habe ich beim letzten Mal schon gemacht. So. Gut. Dann machen wir das so einmal. Und so. Und so. Abs. Da lang. So, ein Rotz. Na gut. Ich habe zwar kein Kilometergeld beantragt, aber wenn man das jetzt machen muss, ist es halt so. Dann gehen wir mal hier lang. Das müsste ja, ja genau. Das ist der richtige Weg. So, Schutz einstellen wir jetzt nicht. Da ist nämlich der Schlüsse, äh, Schlüsselloch. So. Okay. Und hier haben wir so ein schönes Löschlein, ne? Passt mal auf. Und zwar, zack. Und. Da kommt eine schöne Zaubermuschel raus. So, jetzt müssten wir 14 haben. Wenn ich mich richtig entsinne. Und da auf. Dann können wir uns wenigstens hin und her porten. So. Wo kommt man denn da nochmal hin? Da muss ich mal kurz gucken. Das weiß ich gerade gar nicht. Ah, okay. Da kommt man von der anderen Seite raus. Alles klar. So. Noch ein Rubin. Nehme ich mit. Ich nehme lieber alles mit hier. Was nicht nid- und nagelfest ist. Und dann machen wir erstmal den Schlüssel. So. Und jetzt. Der Wasserfall teilt sich. Und nun können wir in den Dungeon rein. Aber da erstmal hinkommen. Jetzt müssen wir den ganzen Berg wieder hoch. Und dann machen wir mal. So. Weg mit euch Viechern hier. Die dicken Schweinchen noch weg. So. Wenn ich weiter so langsam mache, dann schaffe ich es heute nicht, alle Musikinstrumente zu holen. Aber mal gucken. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So. Die weg hier. Zack. Ach komm. Nein. So. Und so. Gut. Dann haben wir das. 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 Und das. Zack. Den Wackelpudding. So. Und hier raus. Genau. Mann. Und dann können wir hier runter hüpfen. Auf geht's. Ab in den Dungeon. So. Hier in dem Wundertunnel bekommen wir die Schwimmflossen. Das wird auf jeden Fall lustig. Dann können wir endlich schwimmen. So. Das nehmen wir auch mit. Und da sind zehn. Oh. Da ist ja noch tiefes Wasser. Da komme ich noch gar nicht rein. Gut. Dann. Da ist offen. Wir gucken mal kurz hier ein bisschen oben uns um. Ist hier noch was? Da ist eine Tue. Okay. Dann gehen wir erstmal da lang. Gehen wir erstmal unten lang. Da ist ein Stachy wieder erledigt. Und eine Schutzeichel. Und der Kompass schon mal. Sehr gut. So. Nicht so viele Quatschen mehr machen. Aber. Hier ist jetzt auf. Der ganze Flohzirkus hier. Was haben wir da? Ein Schlüssel. Alles klar. Alles klar. Dann schlaf mal schön. Gute Nacht. So. 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 Die Flöhe husten jetzt auch nicht mehr. Dann gehen wir erstmal nach oben. Wir sammeln auch erstmal wieder Schlüssel. Ich weiß jetzt nicht ob wir die Schlüssel gleich verballern sollten. Also bei den Türen. Da ist noch eine Truhe. Und da ist der Schnabel drin. Alles klar. Du hast einen Schnabel aus Steine erhalten. Jetzt fehlt nur noch eine Windstatue der passt. Alles klar. Da ist noch eine Truhe. Die Karte. Alles klar. Zaubern wir schon mal alles zusammen. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. So. Einmal. Zweimal. Ne, doch nicht. Schade. Ich dachte, das ist vierig weggespringt. Aber ne. So. Und da ist unser nächster Schlüssel. Sehr gut. Das nehmen wir auch gerne. Eine Bombe für mich. Sehr gut. Nehmen wir auch gerne. Und was haben wir auch gerne. Hier können wir auch hin. Oh Mann. Haben wir hier vielleicht die Flossen? Ne. Da ist noch so ein kleiner Schlüssel. Okay. Da haben wir erstmal genug Schlüssel dabei. Können wir die erstmal benutzen. da lang geht's nicht. Wir gehen hier lang. So. Und hier lang. Dann gehen wir da unten erstmal durch die Tür. da lang ging's ja glaube ich noch nicht. Aber. Doofe Stachis. Lasst mich bloß in Ruhe. So. Okay. Dann müssten wir auf jeden Fall demnächst die Schwimmflossen bekommen. Damit wir hier endlich durch den Tempel weiterkommen. So. So.